Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge League of Legends Case Opening und heute dieses mal mit den schönen WM Cases unter anderem hier haben wir die Kugeln, die Kugeln dann haben wir heute mein großes, wir haben noch elf Keys mit denen wir die Truhen öffnen können dann haben wir noch einmal diese Ehrungstruhe da ja wir haben noch 220 Marken wo wir uns eventuell hier noch jeweils die Kugel holen können das gucken wir dann mal, wir fangen mal an mit dieser Ehrungstruhe hier ist dafür ein geiler Kragas und drei Schüssefragmente das heißt wir können jetzt zwölf Kisten öffnen, dann hat sie auch schon eine Kiste, die haben wir gerade bekommen aus einem Game ja die habe ich noch nicht, das ist auch nicht schlecht so, würde ich sagen wir fangen einfach an mit den Kisten nacheinander zu öffnen Sternenvernichter Varus, geiler Skin, habe ich aber schon jawohl, geil genau den wollte ich mir kaufen das finde ich, das ist der geilste Science Skin der ist echt Hammer der ist einfach nur geil Gothic Oriana ja, kann man verkraften Alter, what the fuck geil ach du der nächste legendäre Skin geil oh, 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 oh gemstone und SKT alles da nice gemstone und SKT alles da finde ich geil Samsung White, Fresh habe ich schon ja fünf Kisten haben wir noch Auge des Pferdes habe ich auch Pferdebanners habe ich auch schon war geil Feuerwuchs Ari habe ich einen geileren Ari Skin Hexerei Tristana der ist geil, aber ich habe den ich habe den, äh, ganz gut auch den, ähm, Drachenbändiger irgendwas Tristana Skin, der ist, der ist 60 war cool cool ach klar, wie, so wie Mordekaiser, sei ja klar so, wir sind bei der letzten Kiste angekommen und, äh, sei ja klar die Champion Charts bringen uns ja jetzt nicht so viel genau dann machen wir jetzt mal die 12 WM Kugeln auf die wir haben dann müssen geil äh, 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 kein Chaco da müssten ja eigentlich geile Skins drin sein ja, warum denn nicht warum denn nicht wir rushen das jetzt richtig durch nein nein so nächste Kugel nächste Kugel pfff gemstone yes nice finde ich geil sooo aber warum ihn natürlich wer, er will kein Chaco Skin auch kein Chaco Skin der ist nicht schlecht der ist nicht schlecht, der Twitch-Skin der ist nicht schlecht, der Twitch-Skin also den Winterspiegel-Skin in der Sub-Sum-White nein einfach nicht nein so, vier WM Kugeln haben wir noch so, vier WM Kugeln ja, der finde ich auch nicht der sieht nicht schlecht aus aber der Stern-Vernichter ist besser würde ich jetzt sagen nochmal ne WM Kugel und äh sag mal, das heißt wir haben jetzt wieder drei Kugeln aber nicht schlecht nochmal ne WM Kugel jawohl, ein SKT-Skin das sind die einzigsten E-Spot-Skins, die mir noch fehlen die ganzen SKT-Skins da das ist äh ja ah gut der Miao-Kai ist besser ein sicker Melfight-Skin könnte doch mal hier ja gut Raghers so die letzte WM Kugel und Rennschlitten Korki geil habe ich schon nicht schlecht nicht schlecht nochmal ein Legendärer ja den habe ich schon finde ich geil so also jetzt kommen mal diese klassischen Kugeln nochmal ne klassische WM Kugel und Raupen guck mal ok nicht schlecht was kriegen wir jetzt haaa sicker Varus ok der ist das ist auch ein geiler Varus-Skin das ist echt das ist und herz platz so nah rum riech ist grad die Herz-Dinger will ich eigentlich gar nicht ok gut den finde ich nicht so geil die klassischen kommen die was geiles das boah kann genau ok hm oh komm mit den habe ich sogar schon glaube ich ne habe ich nicht aber nicht schlecht dieser Herzblatt wirklich dieser Herzblatt Dinger nochmal really die 2 ich habe doch Wetterfee jenna was soll denn das edelstein gewinn edel feuerwehr tristaner jawohl jawohl jungen ah ja wohl geil ist das ein legendär wusste ich gar nicht so ach der 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 忙 glück na 2 komm k� ich Traditioneller Trundle Das ist ein geiler Trundle Die letzte Bitte einen Gemstone Und nochmal eine Kugel Und dann einen Gemstone Bitte, 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 bitte What? Der sieht What? Der sieht ja geil aus Der sieht ja geil aus Cool Wir haben jetzt einige Dinge hier bekommen Ah, warte, wir haben hier noch Einmal ein klassischer Kann man noch herstellen, dass noch was geiles drin ist Jawohl Und Noch eine WM-Kugel Jawohl Dann öffnen wir die doch gleich mal Erstmal die WM-Kugel Bitte was geiles Bitte einen Gemstone Da hab ich den schon Warum hab ich den jetzt nochmal bekommen Guck mal, sieh der klassische Muss das geiles drin sein Oh, ich will zwar an Malfalls gehen Aber den hässlichen Malfalls gehen Hab ich doch schon Oh, Mann Dann den da auf jeden Fall Und wo ist denn der andere Doppelte Was ist der? Blind Da Bitte geiler Skin, bitte geiler Skin, bitte geiler Skin Leoparden Leoparden Nicht schlecht Nicht schlecht So, den Rennschlitten Korki Den entzauber ich auf jeden Fall Den habe ich ja schon Dann habe ich den noch Den noch nicht Habe ich denn schon einen von denen Irgendwie schon Ich weiß gar nicht Den habe ich schon Noch mal entzaubern Obwohl den Der wieviel bringt der 25 25 Hm 325 4 Ah, den können wir ja schon mal entzaubern Superfan 50 2,50 Die ganzen Also die können wir auch Zaubern Das bringt viel Doppelte Ähm Wen habe ich noch doppelte Den da Der bringt noch Cash Der bringt auch noch Cash Ja Dann machen wir die ganzen Rot-Skins weg 173 Umwandeln Den lassen wir Hm Oh, das ist geil Ins Riot Please So Oh Der ist so hässlich Der ist so hässlich Der ist so hässlich So hässlich ist der Der kann man auch wegmachen Den Brauchen wir nicht Mach den Scheiß Gehen weg Ohne Der ist so hässlich Ja gut Erste an die Videos Ging für mich Und ich finde den Ich finde den eigentlich Den finde ich gar nicht schlecht Den Skin Oh geil Ähm Haben wir hier noch Beleg Äh 325 173 250 325 325 325 Superband Superband Brauche ich nicht Und das Geist Und das Geist Grundkrieger Renekton Ich weiß gar nicht Ich glaube ich habe einen geileren Renekton Skin Aber du Finde ich Scheinig geil Alles klar Wir werten Erstmal auf Dass wir wissen Wo wir stehen Mecha Zero Geiler Skin Nehmen wir mal mit Ah das Kein Mann Frische So Das haben wir noch Hm 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 Den nehmen wir Weil der auf einfach Hier Der sieht Der sieht Der sieht richtig geil aus Finde ich So auf den Splasher Und so weiter Episch nehmen wir mit SKT Äh Nicht genug Ähm Hm Hm Den Ojan Skin Können wir auch mal entzaubern Den können wir auch entzaubern Die können wir auch entzaubern Brauchen wir nicht Kriegs Ach kriegsegaben Brauchen wir nicht Zaubern Scheiß Skin Ja Jetzt haben wir hier Auf jeden Fall Mit dem Trundle mit Den finde ich geil Den traditionellen Trundle Nehmen wir mit Kann man nicht Verschalten Nehmen wir mit So haben wir noch Irgendeinen Und negativ Jetzt haben wir alle Boah Das wird ein langes Das ist geil Jetzt immer noch Den SKT Es geht mit Alles klar Mitgenommen Dann würde ich sagen Machen wir noch einmal Ein Reroll Diese drei Einen Rumble Skin Den habe ich auch noch gebraucht Zwar der Jungle Rumble Den ich jetzt nicht so geil finde Aber Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Machen wir noch ein Zaubern Bestechung Ein Zaubern Zaubern Mondo Mondo Nicht so meins SKT Ich habe eine geile Alles Riven Boy Riven Boy Ersch mal nicht Hartziger Sie kann sich auch Das habe ich sogar schon Entzaubern Dann machen wir auf jeden Fall noch hier Die geile Tristana Mal noch Nehmen wir auch mit Nehmen wir mit Die kennen wir gar nichts Hier wollen wir die noch Entzaubern Ein paar Blaue Essenzen Kriegen Entzaubern Alles klar Gut Dann war es das Für heute Dieses Extrem lange Und seit langem Auch mal wieder Ein Pick Opening Case Opening Was auch immer Auf jeden Fall Hat es mich gefreut Wir haben geile Skins gekommen Ja gut Wir haben einmal hier Necker Zero Seien Totenschwur Victor SKT Sack Den traditionellen Trondel Finde ich geil Und halt noch die Die wir aus den Rewards haben Gut Der ist jetzt nicht so geil Aber ich finde ich cool Und ich hoffe es hat euch gefallen Dann lasst ihn darum da Tschüss Tschüss